ein ich 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 in mein lager okay bohr bbb bbb Super, super. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Lei Sheng hätte die Designs von Global Trust von dem Einsatz testen sollen. Laut der Analyse sind die Dämme aufgrund von Wasserturbulenzen, die von Felsenformationen im Wasser verursacht werden, eingestellt. Wir sollten diese Risiken minimieren. Folgen Sie der Thronsieger und das haben wir nicht. Ihr Ziel. Verstanden. Bestätigt. Sind unterwegs. Roger. Verstanden. Volle Kraft voraus. Im Gange. Ach so, der fällt mir mal hinterher. Koordinaten bestätigt. Einsammeln. Bestätigt. Ach so, jetzt. So, jetzt. So, wie viel haben wir jetzt noch? Bestätigt. 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 Kommandos. Kommandoschef. Also hier hatten wir ja irgendwelche Signale. Koordinaten bestätigt. Oh? Da drüben. Da drüben. Jetzt kommt Drohne, jetzt kommt doch näher. Suchspiel. Bestätigt. Verstanden Im Gange Vielleicht hier oben? Na Vielleicht hier oben was noch Wir haben mal 4 von 7 Kommen wir mal hier schnell hier rüber So Was müssen wir hier machen? Hier müssen wir jetzt alles upgraden Und danach unsere Logistik So Oh So Bauoptionen erweitert Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier So Die Früchte Jetzt müssen wir Früchte bauen Wir haben noch 8 Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern Oh Ja Ja So Warte So So Oh Hopsala Hopsala Hm Wo bitteschön Windpark Ein frischer Windpark Warnung Energieknappheit Äh Das braucht Und Das braucht So, jetzt haben wir aber blöderweise so lange nicht hier drauf geschaut. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Du musst doch jetzt hier irgendwo... Koordinaten bestätigt. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie als Sie liefern. Das verringert Ihre Produktivität. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Roger. Ich habe nicht erwartet, dass jemand vor... Oder auch zum ersten Mal Frauen. Roger. Roger. Hä? Wo liegt dann das bitteschön? Bauoptionen erweitert. Benötig Küstenbauplatz. Kleine Verkehrsanbindung. Zack. Okay. Äh, okay. Okay. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Untertitel von Daniel Kumpf. Das ist ein drittes Geruch. Das ist ein drittes Geruch. Das ist ein drittes Geruch. so wie produziert das hier ja dass du das hier nicht siehst acht